Ist ja auch so leicht. Kann man ja mal mitnehmen. Wir brauchen noch einen... Ich würde mal einen Länderkennner drunter setzen. Was mache ich eine Station für 12 Leute? Ist mir auch egal. Und noch ein kleines drunter. Da kommen die ganzen Monoprop-Tanks mit dran. Hier. Da. Also was. Signs drunter. So. 1500 Monoprop. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, wie schwer du jetzt bist. 6 Tonnen. Also ich hab das auch noch mitgenommen. Kein Wunder. Neuneinhalb Tonnen. Ja. Das wird super. Ich weiß nicht ob das Ding das schafft. Vor allem nicht wenn ich nur den kleinen Monoprop-Tank habe. Bitte nicht. Nein. Wir haben auch noch Sachen die wir kaufen können. 20. 120. 750. 400. Taufen bitte. Super. Ich glaube wir 1500 mitnehmen müssen. Zack. Zack. 16 Tonnen. Kommst du? Danke. Okay. Dieses. Das kommt noch niemals in einem Stück irgendwo an. Interessante Folgefrage wäre jetzt mal. Wie groß und breit kann ich das hier machen? Okay. Es ist anscheinend egal. Es ist anscheinend egal. Das ist ein Teil. Das finde ich super. Das wird das Gewicht niemals hochkriegen. Aber ich finde die Idee gerade einfach grandios. So. Nimm bitte. Danke. Welche haben wir denn jetzt beim Dings da drunter? Welche willst du? Skipper. Bleiben wir bei euch auch mal bei Skipper. Was war's? So. Fast 1000 Tonnen. Und das stabilste aussehende Konstrukt überhaupt oben drauf. Haben wir jetzt. Ja. Die Reaction Wheels haben wir hier überall mit drin. Ja. Haben wir. Hilft das diesem komischen Teil hier? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich. Wenn ich hier aber Monoprop drin habe. Ne. Dann müsste ich auch theoretisch einmal wenigstens. so etwas mitnehmen. Dann kann man die Station im Orbit nämlich nachher irgendwie nachher noch bewegen. Das wäre ja vielleicht cool wenn man das könnte. Das ist total bescheuert. Es schafft es auch niemals nach oben. Es schafft es auch niemals nach oben. Nein. Und lassen uns mal überraschen was jetzt wohl passiert. Wiehe das. Irgendwo ein Carbonaut drin. Hat sich heimlich reingeschlichen oder sowas. Die Rakete wird niemals genug Tempo aufbringen. Um überhaupt abzuheben. Ui. Doch. Super. Genau so muss eine Rakete aussehen. Aerodynamisch. Perfekt. Wir sind zu schnell glaube ich. Das hier mit dem Ding tatsächlich zu schnell war. werden, das überrascht mich gerade, das verstört mich auf so vielen Ebenen, dass wir jetzt wahrscheinlich gleich ein Problem mit dem Luftwiderstand haben werden. Dass ich erstmal wusste, Entschuldigung. Unser eines mutiges Triebwerk kämpft weiter und schafft es einfach nicht, welch glückliches Wunder. Es wird auf alle Fälle unglaublich viel Sprit haben, weil es hat unglaublich viele andere Triebwerke mit dabei, aber es wird ihm nicht helfen. Vehicle Assembly, gut. Unsere Booster reißen uns alles auseinander. Jetzt gibt es dafür... Normalerweise gab es da mal so extra Triebwerke dafür, die dafür sorgen, dass die Sachen so wegfliegen, wie sie sollen. Tun sie in diesem Fall aber jetzt nicht. Jetzt ist die andere Sache, wenn ich mir jetzt so ein komplettes Ding mal schnappe und ich setze das Tief. Da so. Ebenso wie dich. Also wie dich. Und wenn ich dich kriege, auch dich. Komm mal her. Oh, da ist was locker. Und jetzt passt das alles wieder. Okay. Ihr alle zusammen, dann werdet ihr alle weggeworfen und dann die nächsten Säule. Es werden die halt weiter unten weggeworfen und sollten dann nicht mehr unsere Rakete zerlegen. Theoretisch. Praktisch? Hab ich keine Ahnung. Ähm... Na gut, warum nicht? Erstmal müsste ich jetzt eigentlich gucken, ob die Mission sagt, ja, du hast genau die Teile mit, die wir brauchen. Die Mission sagt... das einzige was fehlt ist noch der orbitum dunam super wir nehmen jetzt mal kein anfangsgas nur mit dem bus dann was ich immer noch seltsam finde aber super wir müssen nur gleich vor dem abstoßen der booster gas geben damit die rakete wegkommt bevor die booster die rakete zerlegen aber wenn man nur die booster nimmt erreichen wir auch nicht ganz so hart die geschwindigkeit wie es aussieht oder jedenfalls nicht jenseits der 300 wie vorhin das sollte hier jetzt nicht passieren wir sollten es aber trotzdem schon mal die anderen trugwerke anschmeißen abwerfen und nein eins hat es erwischt verdammter mist das heißt wir werden die rakete nicht sauber dahin kriegen wo wir wollen weil wir ein verdammtes street weg verloren aber wir gehen jetzt nur zum launch zurück ich glaube immer direkt vollgas geben bevor wir absprengen dann sollten wir schaffen ich bleibe optimistisch so also erstmal gar nicht gas geben und und die leute dort nur das ist die decke sie auch führend scheiß bautes so was leute die zu faul sind eine station im orbit zusammenbauen zu müssen so dann müssen wir gleich nur vollstoff geben absprengen und beten was haben wir jetzt mehr wir haben sechs tanks mehr im vergleich zu dem was halb den satt angeht vollstoff müssen wir und nein da bricht er trotzdem raus es ist auf dieser seite ne deswegen vielleicht weil die zu nah sind ein bisschen spiel haben sie ja ich könnte es auch so setzen dann sind die aber zu nah zusammen aber noch tiefer setzen kann sich ja auch nicht davon abhalten zu funktionieren wenn wir jetzt halt da sitzen also auf der unteren kante so immer schön im dreierpaket alle Verbindungen stehen noch nein nicht alle so ist alles noch verbunden sieht alles noch gut aus so aufgrund der ganzen Anpassungen in letzter Zeit so aber ich glaube da es schon wieder nach eins ist ähm dass ich für heute Feierabend mache ich bedanke mich jedenfalls fürs zusehen ähm war jetzt nicht so erfolgreich aber beim nächsten mal ihr seht ja alles ist vorbereitet für die erste Station um Duna eigentlich wäre eigentlich wäre es wäre cool wenn wir Sprit mitschicken könnten dann hätte man eine Station mit Tank das wäre ja so ich müsste so einen großen Tank mal nach Duna bringen den könnte man später daran andocken also an diese riesige Forschungsstation kommt dann nachher ein Tank und mit dem Tank kann man sozusagen man bringt einen Lender nach Duna der muss nur stark genug sein um wieder hoch zu kommen dann kann er sich hier auftanken und dann nach Hause fliegen das wäre ein Plan also die Station um Duna wird vielleicht etwas größer vorausgesetzt wir kriegen das Ding überhaupt erstmal dahin das sehen wir dann in der nächsten Folge oder am nächsten Mal warte wann schafft er das nächste Mal mhm Überlegung ich werde es morgen nicht schaffen morgen bin ich mir immer davon im Kino Sonntag hoffe ich immer noch dass ich Harleys Retro-Ecke schaffe was aber vielleicht auch nichts wird weil ich muss noch zwei Fotos aufnehmen und nächste Woche wäre wieder wir sehen uns spätestens wieder am nächsten Freitag um 23 Uhr ähm sollte ich dazwischen irgendwie nochmal zum Stream kommen dann erfahre ihr es auf Twitter da gebe ich das dann bekannt ich bedanke mich jedenfalls für diesen schönen Abend und bis denn so sehen wir daran 됩니다 7 8 15 5 20 21 20 20 Untertitelung des ZDF, 2020